hey freunde willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch mal einen ziemlich witzigen bug zeigen im neuen snapshot 19w 11b und für diesen bug muss man nichts weitermachen als zweimal f5 zu drücken der sieht normal aus aber was passiert wenn ich nach oben gucke dann dreht sich mein bildschirm nach unten und auch andersrum ist ganz okay aber was jetzt das wirklich witzige ist wenn ich zu 100 prozent nach unten gucke da bekomme ich einfach eine top down ansicht die wahrscheinlich nach norden zeigt durch jetzt davon ausgehen nach osten ok die bekomme ich auch scheinbar wenn ich in der einfachen 11 50 bin und ich finde das so witzig das sieht irgendwie echt geil aus einer top down ansicht ja keine ahnung was ich dann noch zu sagen soll ich finde es einfach sieht so geil aus kann damit bestimmt auch irgendwas machen aber ich weiß jetzt nicht ob das so eine idee ist eine map oder so auf einem bug im spiel aufzubauen bin ich wäre dann wahrscheinlich eher nicht so der fan davon aber ja finde ich ist auf jeden fall eine sehr witzige sache probiert es doch gerne selber aus wenn ihr lust habt und ja dann würde ich sagen das war es schon mit dem video wir sehen uns beim nächsten mal und ciao wir sehen uns beim nächsten mal